BR 2018 UNTERTITELUNG Unser nächstes Talent, die Emma aus Wien, ist ein wahres Multitalent. Die kann nämlich nicht nur wahnsinnig gut singen, sondern auch fantastisch Schauspielern. Deshalb habe ich sie eingeladen zum Casting für meinen neuen Film. Wenn sie mich mit ihrer Darbietung vom Hocker reißt, bekommt sie nicht nur die Rolle, sondern auch die Einladung zu den Blind Auditions. Und bitte! Hallo! Ich bin Emma, ich bin 14 Jahre alt und der Tag, an dem ich von The Voice Kids überrascht wurde, war auf jeden Fall der beste, aufregendste Tag meines Lebens. Hast du dich gut vorbereitet? Mhm. Ich dachte wirklich, das ist ein Casting und sie haben mir auch so gesagt, nimm diese Möglichkeit, weil das ist so die gute Chance, in einem Film zu sein. Und bitte! Ich habe gestern Abend recherchiert. Im Darklet findet man mehr zum ... äh ... Kann ich mir kurz eine Texte machen? Na klar. Na klar. Texte habe ich auch gelernt, weil ich hatte nur so eine Nacht Zeit und das habe ich mir dann so urgut versucht, in den Kopf reinzugeben. Ziemlich krank. Das sind richtige Opfer, die da teilnehmen. Ich würde gerne gleich mal was mit dir ausprobieren. Okay. Ähm ... Stell dir vor, du stehst vor einem Riesentor. Stell dir vor, du bist total aufgeregt. Die Tür geht auf. Und auf einmal stehst du vor einem Mikrofon. Vor vier roten Stühlen. Und auf einmal merkst du, dass das hier gar kein Casting ist, liebe Emma. Sondern deine Einladung zu den Blind-Editions von The Voice Kid. Was sagst du dann dazu? Danke! Ich dachte wirklich, ich träume, dass das nicht irgendwie passiert gerade. Das war ihr Traum. Wir freuen uns mit ihr. Riesig, ja. Auf nach Heli! Ich glaube, es ist einer der wichtigsten Auftritte für mich. Weil ich schon seit, ich weiß nicht wie lang davon träume, bei The Voice Kids mitzumache. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich mitmache jetzt. The Voice Kids 2023! Heute werde ich bei The Voice Kids rappen und auch singen A Mockingbird von Eminem. Eminem ist auf jeden Fall der technisch beste Rapper. Die Herausforderung ist, so viele Wörter in kurzer Zeit rauszuhauen. Auch die Atmung ist schwer, so Teile zu finden, wo man atmen kann. Manstar. Irgendwie habe ich auch so Kommentare gesehen, wo so Leute gesagt haben, so irgendwie, ich habe noch nie ein gutes Eminem-Cover gehört. Deshalb hoffe ich, ich kann das ändern. Emma, kommst du hoch? Ja. Man muss Mut haben, in so große Fußstapfen wie Eminem zu steigen. Schnallt euch an, denn jetzt kommt endlich Rap by The Voice Kids. Und los geht's. Was ist das da vorne? Schnucki. Schnucki. Tschüss. Tschüss. Komm schon. Schau. 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 In your eyes, you could die, you wouldn't cry, cause you scared, I ain't there, daddy's put you in your prayers, no more crying, right from tears, daddy's here, no more headbears, we gon' pull together through it, we gon' do it, laney uncle's crazy, yeah, but he loves you girl and you better know, hush little baby, don't you cry, everything is gonna be alright, it's from that I fell in love, little lady, I told ya, daddy's here to hold ya, to the nine, it's funny, that's when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre and flew you and mama to sing, Daddy had to work, she went mama had to leave me, then you started seeing daddy on the TV, mama didn't like it, it knew in laney, what's too young to understand it, papa was a rolling stone, mama developed a habit, and it all happened too fast, be the one of us to grab it, I'm just sorry, you were there, had to witness different sync, cause all I ever wanted to do, just make you proud, now I'm sitting in this empty house, just reminiscing, looking at your baby pictures, it just shifts me how to see how much you both have grown, it's almost like your sisters now, wow, I guess you're pretty good, you're pretty good, you're 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 good. Daddy stay here, Laney I'm talking to you too, daddy stay here, I like to sign that shit, it's got a ring to it, don't it, shh, mama's only God for the moment, daddy's gonna buy you a mockingbird, I'ma give you the world, I'ma bear all time and bring for you, I'ma sing for you, I'd do anything for you to see you smile, and if that mockingbird don't sing and I'll bring no shine, I'ma break that birdie's neck, I go back to the jeweler who sold it to you, and making me that Rick Aaron, no mess with that, ha, ha. Woo! Wow! Wow! Yeah! Yeah! Woo! 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 Awesome! Awesome! Wow! 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 Yay! Yes! Thank you so much. OAA! Thank you! That's all. Yay! That's it!